Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise jahrtausendelang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang? Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen. Das erinnert an die Jahresringe eines Baumes, von denen jeder immer etwas größer ist als der vorausgegangene. Das eigene Leben wird also mit dem eines Baumes verglichen. Der Baum zieht die Ringe über oder vielmehr um sich selbst. Der Sprecher sieht die Ringe sich über die Dinge ziehen. Das ist kein klar auflösbares Bild, kann aber als eine Form der Erkenntnis verstanden werden, wenn die Dinge immer mehr von sich selbst offenbaren. Rilke beschäftigte sich in einer ganzen Schaffensperiode in Ding-Gedichten mit dem, was Erscheinungen ohne jede Sprache von sich aussagen, um dafür dann Worte zu finden. Ich werde den Letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Das ist doppeldeutig. Selbstverständlich wird irgendein Jahresring mit dem Tod unvollendet bleiben. Aber bis zum letzten Atemzug will der Sprecher Erkenntnis aus den Dingen gewinnen, auch wenn die letzte Erkenntnis, die zweite Bedeutung von Ring, einem verwehrt bleiben muss. Die zeitlich letzte und die weltanschaulich letzte, also die, die sozusagen alle Fragen beantwortet. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm. Der uralte Turm wurde von anderen aufgerichtet und man findet ihn sozusagen vor, ohne daß immer klar ist, welche Funktion und Bedeutung der Turm durch die verschiedenen Zeiten hindurch jeweils hatte. Die Ringe bilden sich also durch das Kreisen um diesen Turm, wobei man das Bild nicht so konkret werden lassen muß, daß man sich mit wachsenden Ringen von diesem Turm entfernen müßte. Die Ringe wachsen wohl eher in ihrer Bedeutung. Und ich kreise jahrtausende lang. Hier identifiziert er sich mit einer ganzen Menschheitslinie. Das kann auf die Menschheit als ganze übertragen verstanden sein, die von Anbeginn eine Sinn- und damit Gottsuchende war. Es kann sich natürlich auch enger auf die christliche Glaubenstradition beziehen. So sehr darin auch immer irgendwelche Autoritäten Gewissheiten verkündeten, geprägt ist auch sie vom Suchen, das sich eben immer wieder in der Auseinandersetzung mit diesen Gewissheiten ausdrückt. Und ich weiß noch nicht. Bin ich ein Falke, ein Sturm? Ein Falke wäre jemand, für den Gott als Turm einfach da ist und eine klare lebenspraktische Funktion hat, ohne daß er von einer anderweitigen Bedeutung des Turmes wüßte. Ein Sturm wäre jemand, der gegen Gott als Turm hadernd, protestierend, aber letztlich vergeblich anrennt. Oder ein großer Gesang. Der große Gesang schließlich preist Gott. Der Sprecher fragt sich also, ob seine reine Existenz gewissermaßen als Verherrlichung Gottes verstanden werden kann. Das erinnert an den Gedanken, den Rilke später in den Duineser Elegien ausbreiten wird. Ob wir nicht sozusagen auf der Welt sind, weil die Welt sich in uns selbst wahrnehmen will. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!